Wie ist in dieser Zeit Ulbricht mit Menschen umgegangen aus einer näheren Umgebung, die ihm gefährlich werden könnten? Es war eine der gebräuchlichen Floskeln, die Leute immer wieder gehört hatten und kannten, die mit ihm direkt zu tun hatten und die eben auch im engsten Sitzungskreis Politbüro oder früher hieß das ja am Anfang noch Zentralsekretariat der Partei gewesen sind. Und wenn es dann in die Nähe einer Auseinandersetzung oder einer deutlichen Kritik kam, dann war eine seiner Bemerkungen immer, also er bricht die Diskussion hier ab und wenn das oder das fortgesetzt wird, dann sprechen wir uns an anderer Stelle. Und dieses sprechen wir uns an anderer Stelle hieß natürlich in der Regel, dann wird er verhaftet und dann ist er weg vom Fenster. Und dieses Leineziehen und das Fallbeil runtersausen lassen, wenn es eben mit irgendjemandem nicht mehr ging, da hatte Ulbricht keine Skrupel. Und da wurde nicht lange diskutiert. Das gab es nicht bei ihm. Sie haben ja die Affäre Haarich, Wollweber und so weiter, da waren Sie ja ziemlich nahe dran. In dieser Zeit, auch das muss man wieder sagen, die übrigen Funktionäre haben ja nicht so wesentlich anderes gesprochen und sich zur Ideologie verhalten als Ulbricht selber. Der Normalsterbliche, der heute die kontroversen Texte liest, die damals zur Absetzung von so bedeutenden Spitzenführern geführt haben, kann das ja alles nicht mehr verstehen, denn das waren ja im Grunde Abweichungen in Nuancen. Ganz anderes ist es gewesen, dass eben diese Abweichungen in Nuancen Ulbricht sehr genau erkannt hat, wenn man dem nachgeht, dann wird über kurz oder lang das System aufgeweicht. Und dieses wollte er nicht zulassen, weil er erkannt hat, es geht entweder nur als Stalinismus oder es wird irgendwann zusammenbrechen. Ein Zwischending eines solchen total verstaatlichten, auf eine einzige Führungszentrale zugeschnittenen Systems ist nach meiner festen Überzeugung nur so zu beherrschen. Und das muss man entweder können oder man geht mit dem System unter, wie Honecker. Sind Sie der Meinung, dass Ulbricht wirklich geglaubt hat an eine bestimmte Weltanschauung und das ist eben da in Ersteriebe herumgegangen? Ich habe schon in meiner Zeit in Ostberlin, wenn wir interne Gespräche mal so mit engen Freunden hatten, gesagt und glaube es heute noch so zu sehen, dass ich in Ulbricht den ungläubigsten Marxisten-Leninisten erlebt habe, den es überhaupt gab. Denn wenn auch die Doktrin nach Marx und Lenin schon feststand, hat sich ja Stalin in einer Weise verschärft und umgewandelt, die wahrscheinlich mit Marx nie zu machen gewesen wäre, aber immer so, wie es gerade gebraucht wurde. Und insofern ist Ulbricht natürlich einer derjenigen gewesen, der auch die Fähigkeit hatte, ganz bestimmte Dinge entsprechend der Doktrin zu formulieren und so zu präsentieren, dass die Partei immer wieder Recht behielt. Also ein typisches Beispiel habe ich erlebt, eben gerade um die Zeit solcher Umbrüche. Das war nun nicht 17. Juni, sondern drei Jahre später, 1956 nach Polenaufstand und Unruhen in der Tschechoslowakei und Ungarn und so weiter. Da drohte es in der DDR ähnlich wieder zu eskalieren wie 1953 und zu dieser Zeit aber nicht in Berlin, sondern Leuna war der Punkt, die Leuna-Werke, wo es kritisch wurde. Und während einer Volkskammer-Sitzung, in dem das Wirtschaftsprogramm besprochen wurde, traf sich das Politbüro in einem Nebenraum permanent. Und dort musste der spätere Staatsminister sogar für Staatssicherheit, Mielke, der war damals nur Staatssekretär, in den Pausen permanent berichten, was in der Republik los ist. Und da kam er und berichtete darüber, also kritisch ist es in Leuna, die wollen streiken, weil ganz bestimmte Dinge an Material nicht kommen und sie ihren Plan nicht erfüllen können. Sie wollen also eine Planveränderung haben. Worauf sich in der Gruppe, die dort zusammen stand, eine Diskussion abspielte, Grote wohl als erster, der meinem Chef sagte, ja dann wenn der Plan geändert werden soll, Bruno, dann musst du nach Leuna fahren. Leuschner gab das sofort zurück und sagte, ja du musst mir aber erstmal sagen, was dir Bulgarin gesagt hat, ob wir denn überhaupt die Lieferungen, die wir brauchen, aus der Sowjetunion bekommen, woher fahre ich da nicht runter. Und so ging das hin und her. Der andere sagt dann wieder, da muss der Industrieminister hinfahren und das regeln. Auch das nicht. Und Ulbricht stand im Hintergrund und ich sah durch den Bart hindurch, wie seine Backenmuskeln arbeiteten, ein versteinerter Blick und plötzlich platzte es aus ihm heraus, dass er sagt, er versteht die Diskussion nicht hier. Es geht doch überhaupt nicht um den Plan, es geht überhaupt nicht um die Wirtschaft, sondern vor dem Hintergrund der Aufstände in Ungarn haben die Agenten der IG Farben Morgenluft gewittert. Das sind imperialistische Agenten und deshalb muss darunter nicht Leuschner oder Rau oder Selbmann oder wer auch immer fahren und da wirtschaftlich was in Ordnung bringen, sondern das muss Mielke regeln. Der muss sofort die IG Farben Agenten finden und die an Ort und Stelle sofort aburteilen lassen. Und so ist es geschehen und damit war Ruhe.